Die Reichweite hat ausgereicht Ähm Da ist sie War doch gerade eben nicht da Oh Ich glaube, die lebt nicht mehr Liegt zumindest vier in Kisten rum Ähm Ähm Okay Okay, okay, okay 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 Eins ist weg Noch eins ist weg Scheint dem weh zu tun Oh man, oh man, oh man Bewegung, Bewegung, Bewegung Ich gleite, dass wir wieder nach Hab ich jetzt zu lang gebraucht Ach nö Ach nö Ach nö Ähm, okay, okay, okay Ähm Ähm... Ähm, 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 ähm... Ah! Nee, 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 nee... Nein, das ist zu viel. Das war fies. Gut, also die Tanks sollte ich genau für diese Viecher aufheben. Ja, wir wissen, die überlebt es nicht. Das hat man schon, das hat man schon. Das war's für heute. So, 1-Zweck. Ach man, ist das Seitwärtslaufen irgendwie nicht hingehauen. So. Ja, war klar. Oh, viel Nandpflicht, wenn wir denn nur können. Ja, ich muss weiter... Dort und... Wen hätten wir? Komm, komm. Ähm. Der frisst mich wahrscheinlich sonst gleich. Ich vermute, dass es gerade verdammt knapp war. Genau, schnapp dir die Waffe. Laufen wäre gut, laufen wäre gut. Okay. Okay. So, schlägt er nochmal? Oder... Ja, schlägt nochmal. Immer schön seitwärts laufen, seitwärts laufen, seitwärts laufen. Ich glaub viermal immer mit der Seite. Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ja, komm jetzt. Komm jetzt. So, gibt's noch ne Phase? Erstmal nachladen. Ja. 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 Nein, ne. Ja, ja. 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 Ja, ja, das war noch. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Es war halt so, da ist ganze Zeit, wie wir jetzt die nicht. Es war gerade sehr viel Licht. Wir sind aber vom Planeten entkommen. Oh, das Gesicht. Wir sehen ein Gesicht. Er will sie es nicht nochmal anschauen. Das war also Dead Space. Es ist ein sehr schönes Spiel. Aber so lohnt es sich auf jeden Fall. Im Januar soll ja dann das Remake rauskommen. Das ist bei mir auch schon geplant, das dann zu spielen. Soll ja von der Story her eigentlich das gleiche sein. Mit ein paar zusätzlichen Sachen. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, das ist jetzt der Abspann. Aber den wär mal jetzt ne. Ich wünsche uns jetzt zum Ende schauen. Lasst mir dann gerne. Später dann ne. Wisst ihr, kommt alles noch bei YouTube. Dann könnt ihr mir gerne noch Kommentare dazu hinterlassen, was ihr von dem Spiel haltet. oder ihr diskutiert mit mir darüber. Auf meinem Discord-Server die Möglichkeit habt ihr natürlich auch. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Ne Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Ja. Haha.